Hallo und herzlich willkommen zum Moment of Inspiration, dem Gedanke für mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben. Und heute geht es um das Thema, baue andere Menschen auf. Wir alle wollen doch grundsätzlich drei Dinge. Liebe, Verständnis, Wertschätzung. Und deswegen geht es doch darum, anderen Menschen möglichst diese drei Dinge zu geben. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber mir würde es selbst sehr gut tun, diese drei Dinge zu bekommen, dann stoppe diesen Gedanken hier. Warte nicht darauf, bis andere dir das geben, sondern gehe in Vorleistung und gebe du zuerst. Gebe Liebe, Verständnis, Anerkennung. Denn ich bin überzeugt, in dem Moment, wenn du diese drei Dinge anderen Menschen gibst, in Fülle gibst, dann kommt diese Stärke auch wieder auf dich zurück. Und es geht darum, zuerst zu investieren, ständig zu geben und später dann auch das wieder zu empfangen. Werde doch ein regelrechter Menschenbestärker. Gebe diesen Menschen, gebe deinen Menschen in deinem Umfeld Liebe, Verständnis, Anerkennung. Und frage dich jetzt, welchen Menschen kannst du heute noch eines dieser drei Dinge geben? Dann gib es weiter, gebe von Herzen und sei gespannt, was dadurch nach und nach auf dich Positives auch zurückkommt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung, viel Erfolg beim Bestärken und Aufbauen anderer Menschen und wünsche dir weiterhin viel persönlichen Erfolg. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder beim Moment of Inspiration mit dabei bist. Und bis dahin mache dir immer bewusst, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen Zwickel Dein Jürgen Zwickel